So, auf 1,20€ den Deadbonus. Auf YouTube gibt's die in Uncut. Jo, oder da. Aber ist die Qualität wieder total für den Arsch. Jo, wenn's das noch gibt. Ist der Film auf dem Index? Nein. Ich will einen Trailer sehen. Ich guck mir jetzt einen Trailer an. Frag mal kim.com, der klärt. In Deutschland auf dem Index. Ja, wie Laila bald, ne? Kann man ja fast gleichsetzen. Oh, wir haben 12 Wilds. Gut. Ey, da kann was werden. Oha, 16 Wilds. Oha! 20 Wilds. Komm, Multi hoch. Multi, Multi, bitte noch ein bisschen. Ey, das ist krass. Wilds. Yo, ey. Ey, das sind ja nur Wilds. Komm, schmeiß mal Top-Symbole. What? Komm, 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 komm. Ich seh gar keine Linien mehr. Ich seh gar nichts. What? Was war denn das? Ey, das hab ich ja noch nie gesehen beim Dead-Bonus. Noch nie, noch nie, noch nie. Da muss man nur mal über Horrorfilme reden, damit sowas passiert, ne? Ey, was? Ey, wir haben 480 Euro ausgegeben. Da waren nur Wilds. Boah, ey. Krass. Krass, krass, krass. Suki, was für ein Call. Was für ein Call. 3.237 Euro und 72 Cent haben wir bekommen. Und ausgegeben 480. Überall Wilds. Überall Wilds. Imagine, wirklich. Wir hätten noch einen dickeren Multi gehabt als 8x. Der Serbe ist so ekelhaft, da zahlt sogar der Dead-Bonus. Ja, Serbian-Film wird sich auf jeden Fall noch angeschaut. Aber dieser Bonus. Ey. Wahnsinn. Boah, guckt mal. Guckt mal. 18.000 Euro Balance. 20.000 Euro Balance. 20.000 Euro Balance. 21.000 Euro Balance. 21.000 Euro Balance. 22.000 Euro Balance.